Fahrer LED-Lampen. Green Technology made in Germany. Eine nachhaltige Investition in die Zukunft. Weltweit entstehen noch immer ca. 20% des Stromverbrauchs auf Kosten ineffizienter Beleuchtung. Ein folgerichtiger Schritt in die richtige Richtung ist die Ökodesign-Richtlinie 2005-32EG, die unter anderem die schrittweise Abschaffung ineffizienter und umweltunverträglicher Leuchtmittel fordert. Vorteile LED-Beleuchtung, niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer, gerichtetes Licht, hohe Lichtausbeute, keine EMV-Probleme, keine UV- und IR-Strahlung. Auf die soeben genannten Eigenschaften und Erfordernisse wird bereits während der Entwicklungsphase hingearbeitet. Bei der Konstruktion wird besonderer Wert auf das Wärmemanagement des Gehäuses gelegt, das sowohl die Lebensdauer der Leuchte als auch die Effizienz verbessert. In dieser Phase kann das Zusammenwirken der mechanischen und elektronischen Bauteile gezielt auf den späteren Einsatz der Leuchte hin optimiert werden. Auch die spätere Lichtverteilung einzelner Leuchtentypen oder unterschiedliche LED-Bestückungen einer Leuchte werden bereits vorab simuliert. Aus diesen Daten und den Messungen unabhängiger Lichtlabore werden die Berechnungsdaten erzeugt, mit deren Hilfe später kundenbezogene Projekte geplant werden. Diese Planungen können sowohl beim Hersteller als auch durch den Vertrieb bzw. Lichtplaner durchgeführt werden. Nach Abschluss aller Entwicklungsarbeiten erfolgt die Herstellung einer sogenannten Nullserie, die zur Abnahme technischer Vorschriften durch unabhängige Institute dienen. Wenn alle Vorarbeiten und Dokumentationen abgeschlossen sind, erfolgt die Serienproduktion. Ganz im Sinne unseres Slogans Green Technology Made in Germany findet neben den vorgenannten Prozessen auch die komplette Produktion in Deutschland statt. Aus diesem Grunde und hinsichtlich des ökologischen Aspekts legen wir größten Wert auf Zulieferer, die möglichst nahe angesiedelt sind. Die Fahrer-Wähler ist für den Außeneinsatz als Straßenbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung sowie zur Ausleuchtung von Firmengeländen oder auch Fahrrad- und Fußgängerwegen ideal. Sie zeichnet sich durch maximalen Sicherheitsstandard aus und funktioniert auch bei extremen Umweltbedingungen. Eine Atex-X-Zone 2-Zulassung ist verfügbar. Da die LED kein Licht im ultravioletten Bereich emittiert, werden keine Insekten angezogen. Der Reinigungsaufwand wird so sehr niedrig gehalten. Das Bauprinzip der Fahrerleuchten ist modular, sodass die Leuchten allen Kundenanforderungen entsprechen können. Pro Leuchte werden bis zu drei Netzteile eingesetzt, die gegen Kurzschluss, Überstrom, Überspannung und Übertemperatur geschützt sind. In Verbindung mit dem Slide-Treiber ist ein optimales Beleuchtungsmanagement möglich. So können zum Beispiel unterschiedliche Nachtabsenkungsprofile abgespeichert werden. Damit erreicht man zusätzliche beachtliche Energieeinsparungen. Ein aktives, selbst korrigierendes Kontrollsystem schließt zusätzlich einen Totalausfall einer Leuchte nahezu aus. Die Fahrer-Wähler gibt es auch mit einer integrierten 3-Megapixel-Kamera in 90-Grad- oder 360-Grad-Ausführung zur lückenlosen Objektüberwachung. Die Fahrer-LED-Kamera-Leuchte ist somit hervorragend geeignet für maßgeschneiderte innovative Lösungen bei der Überwachung von Industriegeländen, Parkplätzen und ähnlichen Standorten. Fahrer-Wähler O-Modell, hierbei steht O für Observation. In diesem Anwendungsfall sind mehrere O-Modelle auf einem Recycling- und Schrottplatz installiert. Sie ermöglichen dem Personal zum einen einen diskreten Blick auf eventuelle Warteschlangen und zum anderen einen Blick in hier durchfahrende Containerfahrzeuge. In den Abend- und Morgenstunden sowie nachts haben wir durch das 60-Watt-LED-Board eine sehr gute Ausleuchtung des Bildes. Man kann eine Farbkamera benutzen, was die Bilder einfacher zu analysieren und auszuwerten macht. Weiterhin hat man seine Eingangszone oder andere sensible Bereiche nachts beleuchtet sowie überwacht und muss in den Nacht- und Dämmerungsstunden nicht auf Farbbilder verzichten. Der Betreiber kann diese einfach durch die Software der eingebauten Mobotix-Kamera weiterleiten, Events auf Mobiltelefone und E-Mail-Accounts, Wachdienste oder ähnliches versenden. Dies alles ohne teure und die Qualität mindernde Aufzeichnungsgeräte dezentral oder zentral auf einer Netzwerkfestplatte sichern, auswerten und verarbeiten. Ein Kameravandalismus ist durch den Fakt, dass die Kamera nicht sichtbar ist, auszuschließen. Fahrer-LED-Lampen Green Technology made in Germany